Ach Mist Dreckiger Bastard Alter Wenn du da unvorbereitet bist Aber ich find's doof, dass die immer wieder kommen Ich würd mich gerne mal in Ruhe einfach mal umsehen Ohne dass mir permanent jemand auf den Schlips tritt Aber das tastet er ja hier leider nicht So, was haben wir hier? War ich hier schon? Nee, hier komm ich auch etwas weiter nach oben Hier gibt's auch keine Station mehr, ne? Stimmverzerra Ja, ja Also wir müssen uns jetzt in so ein Big Daddy verwandeln Werden hier von einem Alarm unterbrauchen Dann brauchen sie Alarmexpert 2 Ein Genturnikum von Hacksmart Ähm, vier Alarm Vier Alarmplatten, weniger produktive Erfinder Ich hast dir leid Tempo-Hacker Hacking-Expert Hacking-Expert 2 Komm, nimm mal das da Wie hat er denn da die Stimme verzerrt? Alter Tennenbaum Jetzt aber Ruhe im Karton, ey Du fängst ja ja langsam an richtig abzunerven Boah, du Ratte Diese dreckigen Bastarde Alter So Bolzen einsammeln Das ist gut Eine Little Sister fehlt hier noch Die würde ich mir natürlich gerne aneignen Die Frage ist, wo ist denn die nächste Heilstation? Bin ihm so ein bisschen am Arsch Okay, das funktioniert Super Hier war ich aber schon Ich will hier rein Wie komme ich denn da am besten rein? So Ich muss hier irgendwo rein Jetzt hacken Ich brauche so ein Teil nach unten Sonst bringt mir das alles nichts Das da Ja, komm Super Ähm, safe untersuchen Dollar und Brandbolzen Super, mehr wollte ich doch gar nicht Aua, das hat will getan Das hat mir getan Arschloch, du träge ich dir Ähm, okay Gut, alles klar Will ich mich ungern beschweren So, ein Verbandskasten Ähm Nachladen Wieder hier mit rumeiern Gut, hier war ich aber schon Wo sind die nächste Das nächste Ziel Ziele Rieche wie ein Big Daddy Siehe aus wie ein Big Daddy Super Also hier gibt es alles, was ich brauche Und hier gibt es aber keine Zielfindung Weil das hier alles irgendwie Hier war ich schon Hier war ich auch Nee Ich probiere es einfach nochmal Da drin war ich auch schon Ist die Frage Muss ich da hin? Also so Ok, hier ist nichts, was leuchtet Ok, ok, ok Ai, ai, ai Da lauf ich wieder rum Wieder rum Da lauf ich wieder rum Ähm Hier war ich ja schon überall Na gut Alter, was mache ich denn hier für Geräusche Ja Na gut Alter Der kommt auch immer wieder Ja, dann komm mal her, Mutti. So. Blöd gelaufen. Irgendwie verkacke ich jetzt gerade extremst. Kontaktmine. Lass mich raten. Da gibt es irgendwas, wo ich mich zustinken kann. Genbank-Upgrade brauche ich eigentlich nicht. Obwohl, doch, ich probier's mal. Nee? Irgendwie? Na gut. Hier ist noch ein Verbandskasten. Hacken. Super. Dann hab ich schon mal ein bisschen Zeit und mir ein kleines... Ja, das passt. Die Saves gehen eigentlich jetzt mittlerweile. Vielleicht war genau das... Das, was ich gebraucht hab. Napalm brauche ich jetzt nicht unbedingt. Waffen-Upgrade-Station. Ähm... Ja. Brauche ich ja eigentlich alles nicht wirklich. Ähm... Ich lad mal nach. Okay. Okay, 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 okay. Ich glaube, wir neigen uns langsam dem Ende zu. Der Parasite hasst drei Dinge. Den Reimer, den Charme und den Charme Menschen. Bläh, 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 bläh. Hier muss ich nix machen. Plasmik-Prototyping. Hier war ich auch schon. Plasmik-Prototyping. War ich hier schon? Ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn die alle wieder aufstehen, obwohl ich die schon besiegt hab. Kann ich mich mal in Ruhe umgucken. So, dann müssen wir mal die Karte aufmachen. Testlabor. Thousand Gatherers Garden. Ja, super. Ähm... Werde zu einem Big Daddy. Rieche wie ein Big Daddy. Ja, warte mal. Oh, da braucht das immer so lang. Innerhalb der Erziehungsanstalt Little Wonders findest du alles Nötige, damit du wie ein Big Daddy riechst. Okay, Little Wonders. Das bedeutet, ich muss nach da geradeaus einfach durch und dann nach... von meiner Seite aus nach rechts. Okay. So. Bin ich hier richtig? So, jetzt nach links. Ja, und dann nach rechts. Ja. Beide hätten hier unten den Laden schmeißen können. Ja. Jetzt gibt's für dich nicht mehr. Nur nur ein großes, kaltes Licht. Und dann gibt's auch irgendwo genau hier eine Treppe. Irgendwo. Dann bin ich bei... Ähm, ja. Sorry. Ich hab verpennt. Ich wusste nicht, dass sie aufsteht. Ich dachte, die bleibt noch ein bisschen liegen, aber das war nicht der Fall. So. Ich muss mal gucken, wann die Byshock-Parts hochkommen. Morgens ist eigentlich immer ganz gut. Find ich. Was hast du vor? Du musst erst zu einem Big Daddy werden, bevor du die Byshock-Parts die Little Sisters rauslocken kannst. Ja, mach ich doch. Hm. Ich bin doch jetzt bei Little Wonders. Ach, Mann. So, da nicht. Oh, warum dauert das immer so lange? Entschuldigt. Hm. Links hier lang. Ja, sie hat deine Augen. Natürlich. So, ich muss hier irgendwo hin. Dann könntest du eine Aufforderung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist ein Schwenkling. Wir haben die Kleinen von Anfang an auf bestimmte Luftstoffe geprägt, auf die Pheromone. Aber man kann sich das nicht einfach draufklatschen wie Aftershave. Man benötigt sein, gegen eine professionelle Beschichtung mit dem Zeug. Dann sind wir so ein Spiel auf die Kleinen wie Nektar und Bies. Hier musst du dir die drei Pheromone zusammensuchen, damit du hinterher so widerlich stinkst wie ein Big Ten. Was hat mich denn da abgeschossen? Wie komme ich da jetzt hin? Hm? Sekunde. Oh, schön. So, nach links müsste ich irgendwie... So, wie komme ich denn da jetzt hin? Ja, natürlich. So, muss ich von oben da hin? Ich gucke einfach noch mal. Vielleicht muss ich ja von oben da hin. Hallo. Hallo? Nein! Bieschocks abgestürzt! Wieso? Wieso? Gut, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ähm, ähm, ähm. Scheiße. Blöd gelaufen. Aber gut, okay. Bye, bye.